Ja, ganz, ganz kass. Also es ist vom Chang De Ho und es passt zum Kleid, weil normalerweise wäre ich jetzt nicht so verrucht, aber er hat gemeint, doch, das passt. Also so ein bisschen Glamour goes Punk. Ich glaube, dass das immer alles noch recht süchtig ist und schön Schmuck und dann kann man das, glaube ich, schon mal machen. So brav kennt man Sie gar nicht. Ich bin immer so brav, hallo? Einen Lilium aus Otterkring wollten diese beiden Grazien auf gar keinen Fall. Wir sind da, um den Traummann zu finden. Da steht schon ein Anwärter, wenn man schauen darf, oder nicht? Wie reich sind Sie? Haben Sie einen Kontoauszug mit? Haben Sie einen Kontoauszug mit? Nein. Um das geht es, um das Geld? Auch, ja. Ja, natürlich. Ein Name im Postboten kann ich jeden Morgen haben, oder? Das war es vom Opernball 2010 und was soll ich Ihnen erzählen? Spaß haben wir wieder gehabt, den Schalk im Nacken und den Grotschalk vor der Kamera. Ihnen sage ich danke fürs Einschalten. Schön, dass Sie mit dabei waren und für Sie gibt es nun von mir eine Rose.